Er ist eines der größten Talente der Welt und war von vielen Top-Klubs umworben. Am Ende entschied sich Frenkie de Jong für den FC Barcelona und verzichtete dafür wohl auf einiges an Geld. Mit seinen technischen Fähigkeiten und einem Spielverständnis, dass das der meisten anderen 21-Jährigen übersteigt. Verdrehten Niederländer Frenkie de Jong Fußball Europa den Kopf. Der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester City, alle erkundigten sich nach dem supertalentierten jungen Nationalspieler von Ajax Amsterdam. Zuschlag erhielt für 75 Millionen Euro zuletzt der FC Barcelona, bei dem de Jong ab Juli dieses Jahres anheuern wird. Einfach war die Entscheidung für den jungen Mittelfeldregisseur jedoch nicht, wie nun auch Bakas Vizepräsident Jordi Mestre im Interview mit der spanischen Sport bekräftigte. Der 56-Jährige erklärte, dass sein Verein insbesondere finanziell nicht die besten Argumente vorgebracht habe, wenn es ums Geld gegangen wäre, hätte de Jong nicht bei Bakas unterschrieben. Wir hätten den Kampf verloren, gab der Katalane zu. Am Ende habe sich der Youngster für den Verein entschieden, für den er schon immer habe spielen wollen. Seit September 2018 läuft Frenkie de Jong auch für seine A-Nationalmannschaft auf. Generell schätzte der Barcelona Vize die Chancen seines Vereins auf dem Transfermarkt lukrativ erstaunlich gering ein. Wir bei Barca können ökonomisch nicht mit BSG oder Manchester City mithalten. Wir müssen die Spieler anders überzeugen, Semestre, der daraufhin den Klub, die Stadt, unserer Art, zu spielen, die Spieler, die wir haben, das Stadion, die Qualität der spanischen Liga und eine Mannschaft, die immer alles gewinnen will als wichtigste Argumente nannte. Im Interview sorgte der Vize-Präsident einer weiteren Aussage für Aufsehen. So gab er an, de Jong habe seinen Vertrag bereits am 27. Dezember 2018, dem Tag der Vorstellung von Leihspieler Jason Murillo, unterschrieben. Publikum gemacht hatten die Katalanen den Transfer des Niederländers allerdings erst knapp einen Monat später, am 24. 01. Bekannt ist dieses Detail auch deshalb, weil französische wie spanische Medien noch im Januar Paris Saint-Germain als Favoriten auf die Verpflichtung des Mittelfeldtalents ausgegeben hatten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017